heute folge auch hier unten links lang fähig gerade noch angezeigt was man vor aufgetaktet bei uns brauchen gucken wir schnell in das gefällt hier rein noch mal ich habe schon die maussteuerung ein bisschen zurückgenommen weil das ich habe das auch schöne zeit vor ganzen weil ich noch gespielt ich habe keine ahnung mehr was wo bleibt also nur ein jede hütte angucken und hoffen doch wo es finden sowie hier gerade so da ist nicht nur freundlich gerade und leibung ganz schön festgestellt tasche lampe an ja forschbar ich wundere mich die ganze zeit warum es so finster ist muss man sich nicht wundern dass man die tasche lampe ausgeschaltet hat nix drin da war nix nichts klug das war hier hier wenn du hier und auch das ist die straße gestechen das war auch richtig gut euch wieder so lange hat und motto kratzer gar nicht das wusste ich gar nicht mehr so bei dem gebäude nicht hier hinten weiter noch was ich glaube bei gearskai ist hier auch irgendwas was ist hier auch ich hab mich fast zerreft leute halt die essefeste bei gearskai ist hier oben glücklich was gar was drin irgendwie versteck worden aber hier sieht es heute nicht so aus nein auch hier ist hier noch was eine leere kiste natt das finde ich ja auch prickelt das ist endlich auch schon groß und dann ist die scheißkiste leer ja bevor wir hier losrammeln und die böse noch gegen rumrammeln plündermassen mal das dorf hier komplett das bringt ja nichts mehr wenn ihr halben zeug um sich die sunny parks und allen scheiß die kleinen sammeln das unterwegs ab weil man nicht genug sein die pack haben ja dann auch noch kontraktiv oder so ich weiß nicht ob hier oben das ist ich glaube ich mir auch etwas ja wie gesagt ein bisschen was habe ich noch in erinnerung aber es ist nicht viel blöde viel gut 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 strahlungsmittel so das hat sich doch wenigstens gelohnt hier oben auch hier hallo das finde ich blöd wenn es zuerst denn da steht du kannst es nicht aufnehmen das finde ich dann auch mit joassisch hier raus hier nächste hütte kisten sehe ich keine und man hat sich gerade das hier leider da drin ist nichts da drin ist auch nicht wenn man eine gute stuhr keine kiste nicht im schaden stein interessiert ein gar nix das war ja meine lehrer schlärung hätte also überhaupt nichts von der gewesen da war ich ein rahmen vergessen gut gehen wir trotzdem noch mal hinten rum wo wir jetzt ja nie das besicht wird auch da wo sie bestiften gegangen sind ich freue mich schon jetzt auch wenn wir das erste mal hier mit dem militär wo wir die kraft haben mit dem militär zu kämpfen arm und dann ist unsere waffen ausstattung ein wenig mistisch um es mal gelinde auszudrücken rosen 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 schwein ich bin auf eurer seite ich bin nicht auf eurer seite da muss jetzt schon nicht mehr da stehen da wird sich jetzt in seinem eigenen blut wälzen so und ich mache nur ein keller eingang so aus weg nicht 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 hält sich für event oder was ja wenn ich freue mich so ich weiß genau ich war auch wunderschöne machen noch ein keller eigentlich bei clear sky so die wird auch noch komisch hier auch hier war da keller eingang also voll das ordnung von mir der ordnung so was war das denn äh habe ich gerade so ein ding verkauft ach ne wir haben so ein ding das ist nochmal dieses stein blut wir machen das so zimt mit nem mehr ja ja da gucken wir uns halt in ruhe um denn ohne gucken zu gehen wäre ziemlich dumm aber ich werde die stotte die stütz habe ich aufnahme aber so wie es aussieht habe ich selbst alles mit zusammen was nicht zu nehmen geht hütten geplündert hoch weg ich kann hier hinten noch mal ein klopfen eine achse natürlich kommt vielleicht auch nicht auch noch beliebt und steckig so scheint auch nichts zu sein das gescheit das klang ist wieder so halb wie angriff hier nicht bez muziki tut berusse so die hier hier sind wir furchtbar hier sind wir hier ist der Wolf hier ist der Sidiorevich und hier sollen wir hin verlassenen Mühle der verwundete Bruder wurde zuletzt irgendwas hier gesehen ach so, da liegt aber durch hier drüben beim zweiten Plan haben wir schon gemacht wieso dieses Zeichen der noch da ist wie gesagt hier haben wir ach das war mit diesen mit diesen mit diesen Anzug na gut werden wir uns schnell noch um den kümmern holen wir uns mal den Anzug los geht's so, dann rennen wir wieder zum Park wieso das noch angezeigt wird mit den Banditten ich vermute mal ich vermute mal weil ich das ach das waren die zwei da oben genau äh es kann sein dass das in der Zwischenzeit auch schon wieder eingenommen worden ist von Banditten ja es ist auf jeden Fall wieder eingenommen dann sieh so richtig tot aus ist da wer ist da wer irgendwie würde ich mal sagen so ich habe mich gespeichert ja ich bin ich doch umschlagen mit denen den würden nichts drin in den kraft kann man von hier oben auch irgendwie schieben ich hab auch mal das rot für den roten da haben wir uns mal hier mit einmischen schon weil die so unhöflich sind und uns hier beballern schweißer schieft nichts mehr auf mich wenn man auch noch auf mich schießt da meine das auch irgendwie angst ach der Hände war eine andere Auber mit dem dreck da wir haben uns nicht gelernt werke Leute ich will es haben oh ne das ist eine AK ist das böse oder guter das war auf jeden Fall ein Toter noch er noch so 1 2 3 die haben wir ja wir haben uns hier noch rum ich möchte noch erschossen werden die schaut noch schön na ich höre doch hier irgendwie rum jungen ja 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 ja